Enger Spielstand im ersten Satz, dann machst du zwei Asse. Hast du das für ein Gefühl? Natürlich ganz schön nett. Wir sind halt spielentscheidend und gerade in solchen Situationen versucht man fokussiert zu sein, ist vielleicht noch ein Prozent mehr aktiviert und dann entsteht halt vielleicht mal ein Asse, wenn man mutig ist. Und so eine Spielstände, so ab 2020, was geht da so bei dir vor? Ja, ich versuche halt immer ruhig zu bleiben. Man ist ein bisschen angespannter vielleicht. Ich versuche das mit ruhigem Atmen oder mit verschiedenen Techniken runterzubringen. Und in dem Moment entsteht halt so ein Float-Zustand oft. Und gerade bei solchen Spielständen, das mag ich ganz gerne eigentlich. Dann macht wohl lieber erst richtig Spaß. Im nächsten Spiel gegen Alisson Emanuel. Wie kann man dahin spielen? Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Schön, dass du mir sagst, dass wir gegen die spielen. Ich freue mich aufs Spiel. Wir kennen solche Gegner und haben gegen solche Gegner auch schon mal gewonnen. Und wollen natürlich auch morgen gewinnen. Es ist natürlich umso schöner, dass Alisson Emanuel sind. Ich freue mich drauf.